Am Montag habe ich frei gehabt, da rief der Chef mich nachmittags an, das hat mir auch ganz gut gepasst. Er hatte nur drei Vorbestellungen und es kamen auch keine Telefonate, habe ich frei gemacht. So, ja und gestern, die Schicht war auch nicht berauschend, es war nicht sehr viel zu tun. Das heißt, ich war bis 20.30 Uhr da, wir hatten ein paar Gruppen, größere Gruppen, wo ich dann noch mitgeholfen habe und dann hat der Chef gesagt, komm, das lohnt sich nicht mehr, da passiert jetzt auch nicht mehr viel. Und zudem war ja auch noch Fußball im Fernsehen und dann habe ich mich einfach wieder freihändig mit meiner Stirnlampe im Dunkeln auf den Weg nach Hause gemacht und ich habe dann heute frei, wo ich dann die Messung machen werde und davon werde ich euch dann morgen am Donnerstag berichten.